Weil sie in den sozialen Netzwerken den Einsatz der türkischen Streitkräfte gegen die kurdische JPG in Nordsyrien kritisiert haben, sind in der Türkei mindestens 150 Menschen festgenommen worden. Mit der Operation Olivenzweig geht Ankara gegen kurdische JPG-Kämpfer in Nordsyrien vor. Sie werden als verlängerter Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK angesehen. Die festgenommenen Journalisten, Politiker und Aktivisten hatten das von der Regierung beschlossene Vorgehen der türkischen Armee in sozialen Netzwerken kritisiert.